Das hier, das war unser Schlafplatz für heute. Guck mal, diese Wespe hier vorne, die kam gerade aus meinem Hals raus. Der hatte meinen Hals nicht überlebt. Die Würstchen werden gebraten. Guck mal, mein versifter Zug ist angekommen. Ich werde... Ich werde mich selbst da herein einführen. Ich bin in Lea angekommen. Und darauf, dass ich in Lea angekommen bin, werde ich jetzt erstmal ein Warte-Bier trinken. Gebrüß. Weil ich warte gerade auf spezielle Menschen. So, währenddessen ich gerade am Bier trinken bin, habe ich ihn hier getroffen. Und der Archie wird mir auf jeden Fall einmal zeigen, wie der Bier-Power geht und dann versuche ich das auch mal. Das hier ist alles, das drückte Länge. Ich habe gerade Flötenmann ganz spontan erfolgreiche Bierpower beigebracht. Und guckt euch mal dieses komische Wasser hier vorne an. Ich möchte jetzt meine Kamera hier eintunken. Wir sitzen jetzt gerade rum hier in dieser Location. Und wir warten jetzt auf eine weitere Person. Ich grüße G Point. Ich grüße Blind Date. Ich grüße Abfall Andy. Ich grüße Abfall Andy. Ich grüße Abfall Andy. So eine Belastung, das macht keinen Spaß. So eine Belastung, Alter. Wo ist dieser Drecksfetti? Hier unten, hier ganz unten ist er, Alter. Ganz unten, Alter. Ich grüße Abfall Andy. Wir fahren gerade Bus. Hey, wir drücken jetzt. Wir drücken hier in dem Bus auf den Stop Schalter. Dann hält der Bus auch wirklich. Wir werden jetzt gleich aussteigen. Warte. Ruhig mal. Das macht. Das darf einfach ganz wichtig sein. Steckst du mir in den Mund? So. Boah, das ist eine widerliche Pothose. Eine richtig penetrante Dose. Das wird wieder in die Pflegekügekügeküge! Jetzt ist es eine gute Idee. Hör, das ist ein schöneser… Lieber Zuford. Wir haben das schon ein anderes gefunden. Ihr kommt ein wenig zu machen. Jawohl. No, das ist die bumped. Aha. Nein, nein. EIm. Ihr musst da richtig mitgr semaine drei machen. Was ist denn richtig? Mann, Fuck Da habe ich ganz viel Herz Junge Nein! Ja! 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 Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Pfand bitte! Dankeschön! Also es sind insgesamt 2,50 Euro. 4 Euro Pfand! Komm jetzt, lass reingehen! Komm jetzt, komm jetzt! Und darauf erst mal ein Bier trinken! Ja! Gefrost! schon mal zurück! Ja! 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 Sehr widerlich. Wir sind gerade auf der Suche auf einem Schlafplatz. Einen richtig geilen Schlafplatz. Guck mal, wir haben hier etwas gefunden. Oh, krass, Alter. Alter, das fühle ich so sehr. Das ist wirklich... Scheiße, Alter. Oh, Alter. Oh, so oft. Die Salmonellen. Die Salmonellen. Alter. Die Salmonellen. Wir werden heute alle draußen pennen. Wir werden alle so richtig... Wir werden komplett in freien pennen mit ganz viel Sauerstoff und Pflanzengeruch. Das ist ja genau das, was ich erwartet. Ja, weiß ich nicht. Niemals gehen wir die Ostsee. Die Notsee, oder? Oder denkst du, wir schaffen es an die Notsee? Das schaffen wir. Ich gebe dir genau die Angriffe. Das müssen wir schaffen. Wir müssen das unbedingt... Ach, du lieferst gar nicht. Wir müssen unseren Kopf da reintunken, auf jeden Fall. Ja. Wir laufen hier die ganze Zeit durch so ein Grasen durch. Das ist ein Weg mit Schwierigkeit. Und wir laufen jetzt so dorthin durch, wo unser Schlafplatz später sein wird. Was für ein Gehirn kommt E-Hack raus. Guck mal, wir laufen jetzt gerade hier über diese Kreise hier durch. Und durch meine Zahnlücke passt ein Kitzer durch. Wie immer. Das ist spannend. So, ich lege hier jetzt mit dem Schender im Tab rum. Und eine Flöte pennt im Zelt. Gleich wird Koffein hergestellt. Ja, bitte jetzt. Wir brauchen dich. Gleich wird Koffein hergestellt. Ja, bitte schnell. Das hier, das war unser Schlafplatz für heute. Hier drunter haben Schender und ich gepennt. Und hier in diesem Zelt hat die Flöte gepennt. Jetzt wird Koffein hergestellt. Der Koffein ist fertig. Ist am Deckel verbrannt. Genau, hier guck mal. Guck mal, wie hier diese ganzen Pocken hier raus explodieren. Die sind richtig geil. Die gefallen mir. Das heißt, noch so ein bisschen warten lassen. Damit das sich schön eingezogen hat. Und dann wird Koffein gesoffen. Ja, draußen Kaffee zu saufen ist geil. Die Würstchen werden gebraten. Wir grillen. Zum Frühstück sind wir gerade dabei zu grillen. Grillen ist richtig geil. Bei grillen, da kommt Freude hoch. Die sind richtig geil, diese Würstchen. Das ist eine schwarze Rußschicht vom Gas. Aber alles andere ist perfekt. So, und nachdem ich so ein paar bisschen davon aufgefressen habe, wird noch mehr Frässen gekocht. Alter, das ist alles zu groß. Rührei mit Fleisch und sowas drin. Das wird gleich gefräsen. Gleich ist fräsen fertig. So, das ist unser Frühstücksfräsen. Das werden wir uns jetzt in unser Maul reinschieben. Gebrust. Guck mal, diese Wespe hier vorne, die kam gerade aus meinem Hals raus. Die haben es ganz flüchtig rausgespuckt. Weil diese Wespe, die war in meinem Guten Morgen Bier drin gewesen. Und die habe ich gerade mitgetrunken gehabt. Und genau, ich habe den gerade frisch aus dem Hals rausgespuckt. Der hatte meinen Hals nicht überlebt. So, die Sachen sind gepackt. Und jetzt gelaufen wir los für heute. Wir kommen jetzt gerade von da. Und diese gesamte Strecke hier rüber lag genau das hier. Und das hier. Das belästigt uns mal auf den gesamten Wege zurück. Richtung Bushaltestelle oder Bahnhof oder was weiß ich was. Da laufen wir jetzt hin. Das ist ein richtiger Mistweg mit ganz viel Scheiße drin. Guck mal, hier liegt überall Scheiße rum. Und die Viecher, die das verursachen, das sind die ganze Zeit die hier. Das sind die Viecher, die uns diesen ganzen Scheißweg hier gebaut haben. die uns diese ganze Scheiße hier zubereitet haben. Das sind diese Viecher und keine anderen. Deswegen ist das hier so ein richtiger Scheißweg. Mit ganz viel Scheiße dran und sowas. Und genau. Die haben hier diese Farbe hier auf meinen Reifen gemacht. Genau diese hier. Guckt euch mal diese ganze Scheiße hier vorne an. Von diesen Viechern da vorne. Das haben die das produziert. Damit das hat... Also die haben da hingeschissen. Ganz frisch gerade. Und deswegen ist dieser Rad so durchfallfarben. So verschissen und verschmiert und sowas. Das sind Scharhafen. Wir gelaufen jetzt zum Multi um dort Bier und nochmal Sachen kaufen zu gehen. Wir sind schon wieder in Lernen gekommen. Hier sind wir auf der Suche nach einem Biergeschäft. Bezirksweise Multi. Der sollte hier ganz in der Nähe sein. Da kann man auch Bier kaufen gehen. Das ist am Biergeschäft. So. Wir haben diesen Multi gefunden. Und hier werden wir jetzt Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. So. Wir sind da im Multi Markt innen drin. Und ähm... Der Schender hat sich ähm... was zum Fräsen bestellt. Der Rest kannst du vergessen. Das ist mein Essen und meine Sehne. Ich werde mir gleich ein Fischbrötchen holen. Wir haben fertig eingekauft. Was ist scheiße. Diese Bierdose ist aufgeplatzt. Irgendwo hier unten oder so. Ähm... Das heißt, hier sind jetzt ähm... mindestens 250 Milliliter an Bier da drin. In meiner Tasche. Aber egal. Ich werde das jetzt aussaufen. Und zu prüfen, ob dieser Loch mich dann gleich voll spritzt. Wir laufen gerade hier an diesen äh... Fluss lang. Dieser... Keine Ahnung, was das sein soll. Oder See oder ähm... Schiffs ähm... Dranmachanlage. Hier diese ganze Scheiße ist immer noch von diesen Fischern von der Weide dran. Die sind schuld davon. Deswegen ist da... Klebt da die ganze Zeit Scheiße dran und diesen Wagen. Wir gelaufen hier zum Bahnhof. Zum Bus... Zum Busbahnhof. Das ist unsere Bushaltestelle. Unser versiffte äh... Bus kommt an. Gerollt. Da werden wir jetzt gleich einsteigen. Guck mal, guck mal hier. Hier vorne ist noch ein Video mit mir, mit dem Schänder und dem Flötmann und mit noch ein paar mehr Leuten zusammen. Äh... 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 ... ARD Text im Auftrag von Funk